Ja, die ersten Urlauber sind wieder zurück. Wir sagen herzlich willkommen in der Heimat und der Rest? Der sitzt quasi schon auf gepackten Koffern oder packt gerade seine Koffer. Ja, und da stehen zwei Fragen. A, wer packt den Koffer und B, was darf mit? Und wir testen jetzt einfach mal eine ganz, ganz neue Methode, wie man die Koffer packt am besten. Die klassische Methode, die ich gleich versuchen werde, falten, schön ordentlich zusammenpacken oder... Scholle versucht es mal mit der Rollmethode, die ist uns heute schon empfohlen worden. Und ob die wirklich Platz spart, das schauen wir uns jetzt an. Ebola! Ich hab noch! Ich hab ja noch zwei Sachen übrig. Aber müssen die Jacken denn unbedingt mit? Was muss denn bei euch unbedingt rein in den Koffer? Schreibt es uns hier unten auf unserer Seite. Schönen Urlaub und wir freuen uns auf euch!